Ich hoffe, wir sehen uns am 21.3. bei Ali's Fight Night, einer der Top-Sport-Events in der Mutterstadt in Berlin. Meine Wenigkeit wird der Ringsprecher sein, da freue ich mich riesig drauf. Und sogar Arthur Abraham sitzt im Publikum. Also Top-Sportler im Titanic Convention Center, Chaussee Allee 10, seid alle mit dabei. 21.3. Ali's Fight Night, Boxsport der Top-Klasse. 22.3. Ali's Fight Night, Boxsport der Top-Klasse.